Wir begrüßen die Herausforderin Annika Jeng. Herzlich Willkommen. Annika, Sie spielen selbst Fußball in der Landesliga? Genau, beim Wald des Tramplinden. Aha, genau. Und für welchen Verein sind Sie? Für Dortmund. Für Borussia Dortmund. Herr Heinkes geht ein paar Meter zur Seite. Und jetzt sagen Sie mir noch Ihren Lieblingsspieler. Mats Hummels. Also, Mats Hummels gegen Jupp Heinkes jetzt gleich. Sehr gespannt. Der Profi fängt an. Jupp Heinkes. Runden rechts. Ja, noch nichts gelaufen. Noch nichts gelaufen. Gerade jetzt weiter die Unterstützung von dem Tepelsieger. Moment. Also, das ist eine Vorlage für Annika. So. Und auch Sie jetzt natürlich. Mit der Unterstützung des Sportstudios. Oh, oh. Nicht schlecht. Ja, weiter dranbleiben. 2-0. 2-0 steht es. Jetzt oben links. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Das ist ein Treffer. So, jetzt drei Chancen. Zwei Chancen noch für den Sieg. Die letzte Chance. Also, erst mal Applaus an die beiden hier. Für dieses Torland-Schiefen. Großartig. Wow, an beide? Toll. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Vielen Dank.